Ah, er fährt dann auch nicht. Was für ein dreckiges Scheißding, Alter. Hör doch, letzter Versuch. Keine Ahnung, was er hier macht. Komm, ich kauf dir nochmal zehn Versuche. Nein, nein. Lass es. Guck mal, was soll das? Ich verstehe das nicht, warum er dann so abkantet. Ich lenke doch gar nicht, du Hurensohn. Jetzt hat er nicht gejumpt. Was für ein Spaß. Ja, wie geht's dir, Joey? Mir geht's. Hörst du, jawohl. Der war gut. Boah. Junge, fah, er fährt dann auch nicht. Was für ein dreckiges Scheißding, Alter.